Karl-Heinz Weissmann, Historiker und Buchautor und seit Jahrzehnten Kolumnist der jungen Freiheit. Das ist durch die neuen Medien völlig anders geworden. Man hat das ja eben auch schon bei der ersten Präsidentschaft von Donald Trump gesehen. Heute sprechen wir mit ihm über die Auferstehung der konservativen und rechten Kräfte in der Bundesrepublik, ihren Werdegang im Nachkriegsdeutschland und worauf die AfD jetzt dringend achten muss, damit der rechte Zug nicht abgefahren ist, bevor er richtig in Fahrt kommt. Und sie müssen eben den betreffenden Kampfgeist einflößen. Denn die stehen ja in Zukunft gegen eine kompakte Mehrheit, die ihnen feindselig begegnet. Dr. Weissmann, Ihr neues Buch heißt Zwischen Reich und Republik. Warum? Es nimmt zwei Stichworte auf, die für die Geschichte der Nachkriegsrechten eine große Bedeutung gehabt haben. Was heutzutage eben weitgehend vergessen ist, ist die Tatsache, dass ja so etwas wie das Reich, die Reichsidee, der Reichsgedanke, auch nach 1945 in großen Kreisen der nationalkonservativen, christlich-konservativen, aber auch der nationalliberalen eine positive Bedeutung hatte. Selbst die SPD hat ja eine Reichszentrale gehabt, von der aus agiert wurde. Das heißt, der Begriff hatte ursprünglich doch noch ein erhebliches Maß an Selbstverständlichkeit. Aber er war auch mit positiven Inhalten geladen, an denen man gerne festhalten wollte. Bedeutende Beispiele waren also der Stellvertreter von Konrad Adenauer, Hermann Ehlers, hat eine flammende Rede gehalten, in der er also die Notwendigkeit, den Reichsgedanken aufrechtzuerhalten, betont hat. Aber auch Thomas Dehler, langjähriger Justizminister von Seiten der FDP, hat immer wieder hervorgehoben, selbstverständlich. Also der Bezug für die Deutschen als Nation sei immer auch das Reich und die Reichsidee gewesen. Das hing natürlich damit zusammen, dass man meinte, dass die Bundesrepublik lediglich ein Provisorium sei, dem keine sehr lange Dauer beschieden sein würde. Diese Vorstellung hat sich in Teilen, vor allen Dingen auf der politischen Rechten, bis in die 60er Jahre hinein gehalten. Deswegen hat man mit dem Begriff Republik eher gefremdelt. Das hat sich dann erst im Laufe der 60er Jahre verändert. Das hängt auch mit einem Modernisierungsprozess zusammen, der natürlich an der Rechten nicht spurlos vorübergegangen ist. Und diejenigen, die dann immer noch insistierten und meinten, nein, nein, also ausschlaggebend sei eben die Reichsidee, der Reichsgedanke, die sahen sich dann doch relativ zügig abgehängt. Ja, aber es geht um eine Phase des Übergangs, kann man das so sagen, eben zwischen Reich und Republik. Wenn man auf das Buch guckt, das Wort Reich ist ja vielleicht nicht gerade wie die Titanic am Sinken, aber es ist ein Übergang. Das ist ohne Zweifel so. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Zeitgenosse sich ja über die Folgen der Tendenzen, die zu seinem Erleben gehören, im Regelfall nie vollständig klar ist. Wenn Sie einmal Stellungnahmen von bedeutenden Denkern aus dem Jahr 1945, 1946 lesen, dann werden Sie feststellen, dass eigentlich kaum irgendjemand klar gesehen hat, was da kommen werde. Und wenn, dann war doch die Erwartung sehr stark, es werde in irgendeiner Art doch eine Fortsetzung dessen sein, was man vor dem Krieg gehabt hatte oder vor 1933. Warum fehlte denn bisher eine Geschichte der deutschen Nachkriegsrechten? Ja, der Hauptgrund dafür ist natürlich, dass einmal die Phase der Nachkriegsgeschichte, also ungefähr, ich sage jetzt mal, die Jahre zwischen 1945 und 1970, erst jetzt so weit von uns entfernt sind, dass sich Historiker mit dem Handwerkszeug des Historikers darum kümmern können. Das ist also, wenn Sie so wollen, ein methodisches Problem. Aber das größere Problem ist eben, dass ja die politische Rechte ein Gegenstand ist, dem man sich in Deutschland lieber volkspädagogisch nähert. Das heißt also, da sollen immer Lektionen für den unbündigen Bürger vermittelt werden, des Inhaltes, dass das, was rechts ist, böse ist und dass man damit also nicht einmal zu tun haben will, wenn es nur darum geht, es in irgendeiner Art und Weise wissenschaftlich zu erforschen. Das ist natürlich eine vollkommen unsachliche Position, dem Gegenstand auch vollkommen unangemessen. Und meiner Meinung nach war es eben hohe Zeit, dass man sich jetzt einmal gerade als Historiker, nicht als Extremismusforscher und auch nicht als Politologe, sondern eben als Historiker, mit diesem Thema befasst. Ja, entgegen aller Brandmauern rufen Sie in Erinnerung in den beiden ersten Jahrzehnten der westdeutschen Bundesrepublik habe die Rechte großen Einfluss auf die Politik gehabt. Ja, das ist ohne Zweifel so. Das hängt vor allen Dingen natürlich damit zusammen, dass der maßgebende Politiker Konrad Adenauer war. Konrad Adenauer hat die CDU von vornherein als eine Partei organisieren wollen, die selbstverständlich in der Tradition des Zentrums stand. Aber auch das Zentrum hat ja einen sehr starken konservativen, konservativ-katholischen, aber auch national-katholischen Flügel gehabt. Das ist das eine Element. Aber zum Zweiten eben wollte er eine antikommunistische, antitotalitäre Sammlungsbewegung auf möglichst breiter Basis schaffen. Und aus diesem Grund war er bereit, alle diejenigen einzubeziehen, die er als vernünftige Rechte betrachtete. Die CDU, die CSU in anderer Weise. Die CSU hat ja aufgrund ihrer Fixierung auf Bayern oder ihrer Verankerung in Bayern natürlich noch eine andere Prägung gehabt, auch eine andere katholische, staatsbayerische Prägung. Aber das spielt eigentlich nur eine sekundäre Rolle. Auch das war Adenauer durchaus bereit, mit in den Kauf zu nehmen. Noch wichtiger war für ihn aber, er brauchte ja Verbündete, die fähig waren, diejenigen Teile vor allen Dingen des protestantischen Bevölkerungsanteils zu erreichen, die dem politischen Katholizismus mit Misstrauen gegenüberstanden. Und dem Zweck dienten zum einmal die Deutsche Partei, die ja aus der niedersächsischen Landespartei hervorgegangen ist und die hier in Niedersachsen vor allen Dingen die Partei auf kommunaler Ebene war. Es gab unglaublich viele Bürgermeister und Stadträte, die von der Deutschen Partei gestellt wurden und die vor allen Dingen eben auch in denjenigen Gegenden von Niedersachsen gewählt worden sind, wo ein CDU-Vertreter niemals eine Mehrheit bekommen hätte. Völlig ausgeschlossen, weil es eben immer noch diesen starken konfessionellen Vorbehalt gab. Und dann ging es selbstverständlich um die FDP. Die FDP hat zwar auch sehr deutlich gemacht nach 1945, dass sie sich auf das christliche Erbe berufe, aber gleichzeitig eben auch versucht, sich als eine nationalliberale Partei zu konstituieren, wobei eben für bestimmte Landesverbände immer die Betonung auf national lag, aber auch bei denen, wo das nicht der Fall war, also bei den sogenannten entschieden schwarz-rot-goldenen, wie das Reinhold Mayer, der langjährige Ministerpräsident von Württemberg-Baden, dann von Baden-Württemberg mal formuliert hat, aber auch die entschieden schwarz-rot-goldenen waren betont patriotisch in ihrer Ausrichtung und sahen sich selbstverständlich deutlich rechts der Mitte. Also bei der FDP gab es anfangs noch diesen Flaggenstreit zwischen schwarz-weiß-rot und schwarz-rot-gold. Naja, Flaggenstreit, sie haben versucht, das sozusagen, wie auch vielen anderen Sektoren auch, mit so einer Art Stresemann-Lösung in den Griff zu kriegen. Das heißt also, auf den Parteitagen wurde, wie schon in der Weimarer Republik bei der Deutschen Volkspartei, ein Teil des Saals schwarz-weiß-rot und der andere schwarz-rot-gold dekoriert. Aber es gab Parteiveranstaltungen, es gibt Fotos von einer am Hermannsdenkmal in den 50er Jahren, da habe ich auf dem Bild keine einzige schwarz-rot-goldene Fahne erkennen können. Die haben da durchgängig schwarz-weiß-rot getragen. Ja, in dem Buch wird ja deutlich, mit mehreren hundert Abbildungen, auch meistfarbene Abbildungen, wie stark national rechts sowohl die CDU als auch insbesondere die FDP geprägt ist, was heute keiner mehr weiß. Ja, ja, das ist auch so. Das ist eine Form von Amnesie, die ich auch besonders faszinierend finde. Da müssen wir also CDU- oder FDP-Mitglieder mit diesen Materialien konfrontiert sind. Die meisten also vollkommen schockiert, auch dass beispielsweise die FDP dagegen protestiert hat, dass es also lediglich einen Volkstrauertag geben sollte. Sie beharrten auf Heldengedenktag. Ja, das war aus ihrer Sicht vollkommen klar, so wie man eben auch die Frontgeneration erfassen wollte. Ja, auch das war für die Betreffenden vollkommen klar. Das hier ist der Ordner, der erste Ordner, der sich mit den Parteien des Bürgerblocks beschäftigt. Dem habe ich dann auch die AfD zugeordnet. Und natürlich habe ich auch meiner Leidenschaft für die Symbole gefrönt. Das heißt, ich habe im Laufe der Zeit die Parteiabzeichen der CDU zusammengetragen. Und da sehen Sie das Emblem, das hier auf dem Rücken, das findet eben auf den Anstecknadeln der Partei seit den 50er Jahren, aber auch auf Fahnen, Plakaten etc. immer wieder Verwendung und wird in dieser Form bis in die 60er Jahre hinein verwendet. Zum Teil sogar noch darüber hinaus. Denn wie gesagt, also Parteien sind eben relativ träge Systeme. Und bis man dann tatsächlich auch den letzten Stempel ausgewechselt hat, dauert es seine Zeit. Interessant ist vielleicht auch noch das, was so als Emblematik von der FDP verwendet wurde. Die hat ja so einen martialischen Adler gehabt, der so an dem preußischen Vorbild orientiert war. Da sieht man das. Und auch die hat übrigens, die FDP hat ja übrigens auch die Farben des 20. Juli verwendet für ihre Parteifahne und hat dann eben diesen Adler da aufgelegt auf das Kreuz. Welche Partei ist das hier? Das ist die Deutsche Partei Saar. Ach. Das war die am entschiedensten neben den Sozialdemokraten für die Wiederangliederung des Saargebietes eintretende Partei, die deshalb von den Franzosen auch verboten worden ist zeitweise. Und das war die Schwesterpartei der FDP. Also die bundesdeutschen Parteien durften ja im Saarland überhaupt nicht agieren. Das heißt, die mussten alle im Grunde genommen so eine Art Außenposten bilden. Und die Deutsche Partei Saar war eben der Außenposten der FDP. Und wenn Sie eben sich das Material, das im Laufe der Zeit dann zusammenkommt, ansehen, so kann ich das natürlich, ich bin ja jemand, der das im Alleingang machen muss. Hier ist zum Beispiel ein Ausriss aus der Jungen Freiheit. Da ist ein Interview mit Manfred Brunner gewesen. Material zur Geschichte der CDU-CSU. Das betrifft also sowohl die Propagandamaterialien, die die CDU produziert hat. Anfang der 60er Jahre zum Bundestagswahlkampf 1961 ging es eben um die Frage, wer ist Willy Brandt. Willy Brandt war ja sozusagen der deutsche Kennedy. Und man hatte in der Union schon starke Sorge, dass er eben im Laufe der Zeit gegen jemanden wie Konrad Adenauer doch als der jüngere und der aktivere und energischere Punkte machen würde. Und da hat man dann eben schon aufgegriffen, also die Vergangenheit von Willy Brandt als Emigrant und die Vergangenheit von Herbert Wehner als Kommunist. Das wurde also schon mit ganz harten Bandagen ausgefochten. Und wenn Sie da eben das Ganze umdrehen, dann ist eben völlig klar, es geht ja auch schon um Ludwig Erhard, aber hier haben Sie wieder das Parteienblem Erfahrung und Erfolg gleich CDU. Aber das ist ja nicht der Ursprung der Partei. An deren Anfängen sah das ja durchaus noch anders aus. Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass die CDU ja das Erbe der Zentrumspartei aufgenommen hat. Und wenn Sie jetzt das hier nehmen, das ist eben ein Flugblatt, das die CDU produziert hat, 1953 zum Zweiten Bundestagswahl, wendet sich ausdrücklich an die katholischen Wähler und Wählerinnen, weil man hofft, die davon überzeugen zu können, dass die Union eben ihr gegebener Partner ist, ihre gegebene Vertretung, während man andererseits natürlich immer wieder hervorgehoben hat, die CDU, die CSU, das sind keine konfessionellen Parteien. Das ist nicht ein verkapptes Zentrum, sondern eine neue überkonfessionelle Sammlungsbewegung, die alle diejenigen umfasst, die einerseits natürlich auf der Basis des christlichen Erbes stehen, andererseits aber eben sich vor allen Dingen auch als antimarxistische Sammlungsbewegung verstehen. Das ist hier das ursprüngliche Parteiabzeichen der Union. Da sieht man eben auch, da steht noch das Kreuz ganz im Zentrum. Das ist von 1948 damals produziert worden. Das war der zweite Parteitag der CDU für die britische Zone. Auch das wird heute oft unterschätzt, vor welchen außerordentlichen organisatorischen Schwierigkeiten man dadurch stand, dass ja die Parteien Lizenzen brauchten und dass diese Lizenzen aber von Zone zu Zone erteilt wurden. Und dass dann eben erst einmal eine Parteiorganisation auf der Ebene einer Zone erstellt werden musste. Und für die Gruppierungen rechts der Union und rechts der FDP kam noch erschwerend hinzu, dass die oft entweder die Lizenz gar nicht erhielten oder aber man die Lizenz regional so eingeschränkt hat, dass dann nicht einmal innerhalb einer Zone die Organisation zum Beispiel der damals existierenden deutschen konservativen Partei möglich war. Das ist einer der Gründe, warum dann letztendlich diese Parteien so schwach waren. Ja, also einer der Gründe. Es ist nicht der Einzige, aber es ist einer der Gründe gewesen. Und wie gesagt, also das Kernelement für die CDU ist eben, das kann man an so einem personalisierten Nachlass sehr deutlich erkennen, Das ist eben die Mitgliedskarte für die CDU von jemandem, der aus dem Hessischen kam. Das war ein katholischer Handwerker und der ist der Partei immer treu geblieben. Also auch in den 60er Jahren war der immer noch Parteimitglied, ist offenbar schon 1947 eingetreten. Er war gleichzeitig eben auch Mitglied im sogenannten Bonifatius-Verein. Das war ein Verein für die katholische Diaspora und gleichzeitig Mitglied in der Kolping-Familie, wie sich das eben für einen katholischen Handwerker gehörte. Und dieses Zusammenspiel zwischen politischem Katholizismus oder Verbandskatholizismus, der ja einen unglaublich hohen Organisationsgrad hatte und der Stärke der Union, das ist natürlich eben auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Sie hatte damit eine Basis, die keine andere Partei besaß. Und gerade die Sozialdemokratie nicht, obwohl die Sozialdemokratie auch in hohem Maße nach 1945 von früheren Funktionären wiedergegründet wurde, wenn man so will. Aber die Union hatte da einen Vorsprung, denn ihre Strukturen im Hinblick auf den Verbandskatholizismus hatten ja zum Teil sogar das NS-Regime überdauert. Das sind also im Grunde genommen eben so die Dinge und ich glaube auch, dass man im Grunde genommen kaum anders verfahren kann, als dann zu sagen, man muss erst die Materialien zusammentragen, bevor man sich ein Bild machen kann. Es genügt eben auch nicht, sich einfach nur auf die Haupt- und Staatsaktionen der Partei zu konzentrieren, sondern man muss sich eben klar machen, nein, es ist schon wichtig, dass man sich auch diejenigen Materialien, man nennt das ja so die grauen Materialien, also die Flugblätter und die Propaganda und die Embleme oder wie hier in diesem Falle, das ist eine Schaltplattenaufnahme von Ludwig Erhard, in der er das Konzept der formierten Gesellschaft dargelegt hat. Und da hat man eben tatsächlich entsprechend in den 60er Jahren Schaltplattenaufnahmen produziert von den führenden Politikern. Und wenn Sie sich allein dieses Bild angucken, das ist jetzt sozusagen die Ikone der CDU 1965. Damit arbeitet man, man ist die Partei der Modernität, die Partei des Wohlstandes, die Partei des Komforts, die Partei des Konsums. Das sind also jetzt die neuen Vorgaben, nach denen man die Partei ausrichten will. Und weil einigen Leuten das nicht ganz behaglich ist und sie sich fragen, ob denn das wohl wirklich reichen werde, sagen Sie dann, dann müssen wir vielleicht dem Ganzen noch so eine Art Skelett verpassen. Das sollte diese formierte Gesellschaft sein. Hält aber nicht vor. Und dann in den 70er Jahren wird man eben auch bunt und poppig. Hits aus Bonanza. Wir wählen CDU. Das ist dann schon in der Ära Barzel. Da versucht man es dann sozusagen mit der neuen deutschen Lockerheit. Die Haare werden auch immer länger, selbst bei den CDU-Kandidaten. Und auch das gehört natürlich mit dazu. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Man darf eben die Atmosphäre einer Zeit nicht unterschätzen. Und das spielt für die Etablierung oder Durchsetzung einer politischen Kraft eben immer eine Rolle, ob sie dafür ein Gespür hat oder nicht. Das ist selbstverständlich etwas, was mit der Zeitatmosphäre zu tun gehabt hat, für die eben das alles nicht die Anstößigkeit besaß, die wir heutzutage diesbezüglich als Normalität wahrnehmen. Also hier in Niedersachsen gab es eine Auseinandersetzung darum, dass CDU und Deutsche Partei dagegen protestierten, dass die FDP behauptet hatte, dass sie der einzige würdige Erbe der Farben Schwarz-Weiß-Rot sei. So sei das keineswegs. Ja, auch man selbst lege Wert darauf, dass man also Achtung vor den alten Farben habe. Das ist ja auch heutzutage vollkommen unervollziehbar. Ja, zu Beginn, das schildern Sie in dem Buch, war das Konzept des Bürgerblocks. Also das heißt Union oder besser CDU, FDP und Deutsche Partei beziehungsweise vertriebenen Parteien bilden einen Block, um Regierungskoalitionen auf Landesebene und im Bund zu prägen. Also Brandmauern gab es damals nicht. Ist das ein, ja, dieses Konzept ist das, könnte man da heute wieder dran anknüpfen? Das glaube ich nicht. Denn man muss sehen, dahinter stand also vor allen Dingen die Vorstellung auch eines antimarxistischen Blocks. Wobei man unter den Marxisten eben nicht nur die Kommunisten fasste, die KPD ist ja dann relativ bald Anfang der 50er Jahre verboten worden, sondern eben auch die Sozialdemokratie. Das hieß nicht, dass man sie für grundsätzlich koalitionsunfähig hielt. Also eine Brandmauer gegenüber der SPD gab es weder von Seiten der CDU noch von Seiten der FDP. Oder von Seiten des Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Man koalierte durchaus mit denen auf Landesebene. Aber es war schon sehr stark die Überzeugung da, man müsse alles tun, um zu verhindern, dass in Zeiten des Kalten Krieges und der Blockspannungen jetzt hier sich in irgendeiner Art und Weise eine Kraft etablieren können oder gar durchsetzen und bestimmend werden können, von der man der Überzeugung war, dass sie entweder zu einer massiven Schwächung führen würde oder aber sogar eben dem Kommunismus Vorarbeit leisten würde. Das hat damals eine große Rolle gespielt. Das heißt also, die Frontstellung war eine vollkommen andere. Und dadurch, dass die Union ja heute eine völlig andere Partei ist, das hat einer der Architekten dieser Veränderung ausdrücklich gesagt, Die CDU, so wie sie sich im Grunde genommen seit dem Beginn der 80er Jahre darstellt, hat mit der CDU, die von Adenauer und seinen Mitgründern geschaffen wurde, im Grunde nichts mehr zu tun. Das ist eine völlig andere Partei, die auch eine Identität hat, die im Grunde genommen immer nur bestimmte Elemente der früheren Parteigeschichte beschwört, von denen man meint, dass sie noch halbwegs kompatibel seien. Aber wenn man genauer hingucken würde, würde man natürlich sofort feststellen, Das ist im Ernst nicht zu machen. Also die Werte, an denen sich die alte Union orientiert hat, die haben mit dem nichts zu tun, was also spätestens in der Endphase Kohl, aber natürlich ganz und gar in der Ära Merkel zum CDU-Programm erhoben worden ist. Also in Ihrem Buch spannen Sie einen sehr weiten Bogen von, also sogar der CDU, der FDP, über diverse Rechtsparteien, konservative Parteien, bis auch in die heutige Zeit, aber bis hin auch zu rechtsextremen Strömungen. Wo sehen Sie den Kerntraditionsstramm? Naja, der Kerntraditionsstramm ist natürlich schon derjenige, derjenigen Parteien, die zu dem von Ihnen erwähnten Bürgerblock gehörten. Bei den anderen Gruppierungen muss man sagen, da hat es sich natürlich einmal um den Versuch einer Wiederanknüpfung oder Wiederaufnahme gehandelt. Das gilt beispielsweise für eine Formation wie die Sozialistische Reichspartei, die ja ebenfalls und dann zwar als erste Partei in der Geschichte der Bundesrepublik einem Verbot anheimgefallen ist, bei der es sich eben ganz offensichtlich um den Versuch handelte, an die NS-Geschichte mehr oder weniger direkt anzuknüpfen. Das war natürlich durch die Gesetzgebung der Bundesrepublik außerordentlich erschwert und ist ja schließlich auch zum Verhängnis geworden. Aber es war vor allen Dingen auch so, dass die Partei angesichts der sehr schwierigen politischen und wirtschaftlichen Lage Anfang der 50er Jahre auf eine gewisse Resonanz hoffen konnte. Aber das war wirklich ein rein vorübergehendes Phänomen. Das heißt, man wusste sehr genau, die Masse der Bevölkerung, Sebastian Hafner hat das mal sehr klar formuliert, die Masse der Bevölkerung fühlte sich durch ihren Führer verraten. Das heißt also, die hatten damit innerlich abgeschlossen. Das bedeutete nicht unbedingt, dass man alles verdammt sehen wollte, was sich zwischen 1933 und 1945 abgespielt hatte, aber im Hinblick auf Kernelemente, wie zum Beispiel Diktatur, Aufhebung der Rechtsstaatlichkeit, Verfolgung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, gar die Vernichtung der Juden. Das wurde mit so überwältigender Mehrheit abgelehnt, dass völlig klar war, also daran anzuknüpfen, das war nicht möglich. Wenn überhaupt, dann nur in einer getarnten Form. Wenn sie es etwas gemäßigter machten, also wenn sie im Grunde genommen versuchen wollten, so eine deutschnationale Tradition wieder aufleben zu lassen, dann konnten sie schon auf etwas mehr Resonanz rechnen. Aber auch das reichte nicht. Also die entsprechende Gruppierung, die Deutsche Reichspartei, hat es ja auf Bundesebene niemals auf mehr als etwa 1% der Stimmen gebracht. Das heißt also, wenn die Leute das gewollt hätten, hätten sie ja die Möglichkeit gehabt, ihre Stimme entsprechend zu platzieren. Und das muss man vielleicht auch noch hinzufügen, der Antitotalitarismus ist eben auch einer Tatsache geschuldet, die heute oft unterschätzt wird, nämlich dem Schock, der eben dadurch ausgelöst wurde, dass man begriff, was es bedeutete, wenn man in dieser Weise auf fanatisierte Politik setzte. Das hat sehr lange nachgewirkt. Also die skeptische Generation, das ist nicht nur die junge Generation gewesen, sondern so eine Grundskepsis gegenüber jeder Art von Radikalität ist etwas gewesen, worauf gerade Adenauer immer sichersetzen konnte. Das wusste er ganz genau. Man durfte da nicht überziehen, wenn man einen bestimmten Ton anschlug, wenn man bestimmte Symbole zeigte, führte das bei der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung sofort zu Ablehnung und ganz starken Affiliaten. Sie zitieren in Ihrem Buch ja Hans Zehrer, der 1946 das Manifest der Rechten geschrieben hat. Zehrer, ein entschiedener Gegner der Nazis, später lange Zeit Chefredakteur der Welt, hat die Rechte, auch in dieser Verwendung dieses Begriffs selbstverständlich, als Gegner des Kollektivismus und damit des Nationalsozialismus gesehen. Warum wird man später den Nationalsozialismus der Rechten zuschlagen? Also dafür gibt es zum einen sachliche Gründe. Also ich halte nichts von der Idee, den Nationalsozialismus jetzt irgendwie als eine linke Bewegung zu bezeichnen. Das war er aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht im Detail erläutern will, war er nicht. Hat selbstverständlich seine Verbündeten im Zweifel immer auf der Rechten gesucht und ja also in einer Reihe von Fällen auch gefunden. Das ist völlig unbestreitbar. Das ist der eine Aspekt. Sie würden also auch sagen, dass die Rechte, die Konservativen hier einer Versuchung erlegen sind. Ein Teil von ihnen, ohne Zweifel. Ja, selbstverständlich. So wie Sozialdemokraten und Sozialisten eben der kommunistischen Versuchung erlegen sind nach der bolschewistischen Revolution. Das hat mit, aber wie gesagt, das ist ein sehr komplexer historischer Sachverhalt. Ich möchte bloß darauf hinweisen, dass das eben, so wie eben auf der Linken die Trotzkisten und die Anarchisten entschiedene Gegner der Bolschewiki wurden, so waren eben dann auf Seiten der Konservativ-Revolutionären, der christlich-konservativen, sogar der Nationalrevolutionären eben sehr viele entschiedene Gegner des Nationalsozialismus. Das hat aber mit historischen Bedingungen zu tun, die sich auf die Zwischenkriegszeit beziehen und die in dieser Form nach 1945 nur noch eine untergeordnete Rolle gespielt haben. Die Lektion, von der eben Hans Zerer damals gesprochen hat, die war eine, da muss man schon sagen, dass sie eigentlich in sehr weiten Kreisen, gerade der christlichen Intelligenz, nicht nur in Deutschland, verbreitet gewesen ist. Dass man meinte, man habe eben die Lehre daraus zu ziehen, dass die Zerstörung des Rechtes der Persönlichkeit, dass das das eigentliche Übel des 20. Jahrhunderts sei und dass diese Zerstörung wesentlich mit der Gottlosigkeit des 20. Jahrhunderts zusammenhänge. Das ist ebenfalls etwas, was in diesem Manifest der Rechten thematisiert wird, dass man eben darauf hinweist, dass es eben eindeutig mit der Abwendung von Gott eben auch zur Abwendung vom abendländischen Bild der menschlichen Persönlichkeit gekommen ist und damit einer nihilistischen, totalitären Politik Tür und Tor geöffnet wurden. Aber um auf den Zielpunkt ihrer Frage zurückzukommen. Der Punkt ist eben derjenige, dass man sich aus taktischen Gründen nach 1945 sehr gerne dieses Taschenspielertricks bedient hat und gesagt hat, die Rechte ist ein Block. Das heißt also, es gibt in Wirklichkeit gar keine verschiedenen Denkfamilien oder Richtungen der Rechten, sondern das ist im Grunde genommen immer alles ein und derselbe braune Dreck. Es hat durchaus in Teilen der Rechten das ja auch gegeben, dass man gesagt hat, völlig gleichgültig, ob einer da herumläuft und von sich sagt, er sei ein Sozialdemokrat, der den Parlamentarismus anerkenne und so weiter und so fort und seine Ziele nur auf friedlichem Wege. Trotzdem wurden die Betreffenden dann als Bolschewiken bezeichnet. Das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Das heißt, es wird im Grunde genommen, man muss schon sagen, im Regelfall gegen besseres Wissen so getan, als ob keine Unterschiede bestünden im Hinblick auf das betreffende politische Lager. Und da ist es natürlich am einfachsten, schlicht und ergreifend, das geht übrigens auch schon in den 50er Jahren los, also selbst Kurt Schumacher hat sich nicht gescheut, die Deutsche Partei mit dem Nationalsozialismus in denselben Topf zu werfen, wenn ihm das in der Parteipolemik geboten schien. Das wird man ganz klar sagen müssen. Das ist im Grunde genommen eine Frage des politischen Kampfes, der politischen Auseinandersetzung. Es hat nur eben keine sachlichen Gründe. Jeder, der auch nur eine oberflächliche Kenntnis der Dinge hat, wird wissen, dass es so, wie es auf der Linken verschiedene politische Grundrichtungen gibt, die miteinander nicht einfach zusammenpassen, so gibt es das eben auf der Rechten auch. Also Sie meinen, um nochmal zur Frage des Einordnungs des Nationalsozialismus kurz zu kommen, wenn Historiker wie Rainer Zittelmann zum Beispiel sagen, das ist eine linke Strömung, dann sehen Sie das als, wie soll man sagen, auch taktischen Sprung, um sich dieser Frage zu erledigen, dass wenn man rechts steht, dass man da eine besondere, wie soll man sagen, also dass es da eine Nähe gäbe oder so. Das Problem ist eben, das heißt das Problem aus der Sicht eines Liberalen wie Zittelmann ist es natürlich klar, dass diese Dominanz bestimmter linker Elemente in der Argumentation Hitlers, dass das für ihn ganz in den Vordergrund tritt und das im Zusammenhang mit der Wirtschaft, von der Kriegswirtschaftspolitik unbestreitbar ist, dass da eben plötzlich Phänomene in Erscheinung traten, von denen man sagen muss, naja, das war jetzt nicht mehr so sehr weit entfernt von dem, was auch ein Stalin für richtig hielt. Aber man muss trotzdem zwei Dinge im Blick behalten, die anzeigen, dass der Nationalsozialismus als Ideologie eben keine linke Ideologie war. Erstens, der Nationalsozialismus ist nicht von der Vorstellung ausgegangen, dass die Geschichte ein Ende haben würde. Alle Linken Vorstellungen laufen auf diesen Punkt zu. Irgendwann keine Herrschaft des Menschen über Menschen mehr, irgendwann der Kommunismus, irgendwann die Anarchie, die vollständige Befreiung des Einzelnen. Das ist eine typisch inke Vorstellung. Das hat Hitler nicht gemeint, das hat meiner Meinung nach kein führender Nationalsozialist gemeint. Die sind fest davon überzeugt gewesen, die Geschichte ist im Grunde genommen ein ewiger Kampf ums Dasein. Zwischen Völkern, zwischen Rassen, was auch immer. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, der hängt damit ganz eng zusammen, Fortschritt, davon hat Hitler ja oft gesprochen, Hitler hat oft von Fortschritt gesprochen. Aber wenn er von Fortschritt sprach, dann meinte er damit nicht etwa, dass der Mensch als solcher in seinem Wesen vollständig zu verändern wäre. Sondern er war eben der Überzeugung, dass vor allen Dingen durch die Biologie bestimmte Sachverhalte ein für alle Mal fixiert sind, was die menschliche Existenz angeht. Und auch das ist eben ein Theorem, das werden Sie auf der Linken nicht finden. Da wird man immer davon ausgehen, dass man auf irgendeine Art und Weise den alten Adam aus dem Menschen heraustrimmen kann und er dann eben nicht mehr da ist. Und daran kann man man auch sehr deutlich erkennen, das sind ja nicht irgendwelche Elemente des nationalsozialistischen Denkens, sondern das sind Kernelemente des nationalsozialistischen Denkens. Da kann man sehr deutlich sehen, nein, also insgesamt gesehen gehört er auf die rechte Seite. Und aufgrund dessen finden auch in dem Buch Kapitel statt, einmal über die Ultras, das ist also die sozialistische Reichspartei und dieses Umfeld, bis hin sogar zu dem Kapitel Neonationalsozialismus als jetzt besonders extremistische, ja, sektiererische Strömung der Nachkriegszeit. Übrigens, das muss man, man muss ja beides betonen, man muss auf der einen Seite klarstellen, dass es keinen Sinn hat, also um dieses Phänomen dann immer so herumzutänzeln, als ob es das nicht gibt, das ist das eine. Zum Zweiten muss man aber eben auch diesem Versuch von links, das ständig derart aufzublasen, entgegentreten. Man muss sich ja darüber im Klaren sein, dass die betreffenden Organisationen nicht einmal in der Größenordnung von mehreren hundert Mitgliedern, manchmal sind es kaum ein paar Dutzend gewesen, existiert haben und natürlich niemals irgendeine Resonanz in der Bevölkerung fanden, nie. Das ist ja etwas, was meiner Meinung nach auch mal klargestellt werden muss, dass da vielfach schlicht und ergreifend über einen Popanz gehandelt wird, der politisch jedenfalls ohne jede Bedeutung ist. Aber was man ja europaweit sehen kann, ob es jetzt der Front National in Frankreich ist oder jetzt die Partei von Meloni in Italien oder selbst auch britischen Parteien, dass es also immer subkulturell ein Problem darstellt für rechte Parteien in Europa, dass es also insbesondere bei jungen Leuten dort eine Versuchung gibt, also so eben subkulturell in diese Richtung da irgendwelche Flügel zu schlagen. Ja, das mag wohl sein, aber wie Sie richtig betonen, das ist eben ein subkulturelles Phänomen. Das heißt, in dem Augenblick, an dem es an die Oberfläche träte, würde es sofort, wenn nicht der Verdammung, aber dann der Ablehnung anheimfallen. Das heißt, damit können Sie eben keine Politik machen. Ja, wie gelang es eigentlich der CDU unter Konrad Adenauer Zug um Zug, konservative Parteien wie die Deutsche Partei, aber auch andere Ansätze zu zerschlagen oder aufzusaugen? Naja, es ist so, dass es relativ frühzeitig auf Seiten von Konrad Adenauer Überlegungen gibt, die dann vor allen Dingen auch von Franz Josef Strauß mitgetragen werden, der eine Zeit lang so als sein junger Mann galt in den 50ern, ob es nicht das Beste wäre, wenn man in Deutschland ein Zweiparteien-System wie in den USA und in Großbritannien hätte. Das heißt, auf der einen Seite eben die CDU, CSU und auf der anderen Seite die SPD. Aus der Perspektive waren diese kleineren bürgerlichen Parteien irgendwie über. Und es hat ja immer wieder Erwägungen gegeben, wenn die FDP Anstalten machte, nicht in der Spur zu laufen, das tat sich ja ziemlich regelmäßig, ob man nicht eben eine politische Strategie entwickeln sollte, um sie zu zerschlagen, also auf welchem Weg auch immer. Das ist aber im Hinblick auf die FDP nie gelungen. Etwas anders ist gelagert, ist das eben bei so einer Gruppierung wie der Deutschen Partei, die im Grunde genommen schon Anfang der 50er Jahre mit dem Problem zu kämpfen hatte, dass es ihr erstens nicht gelangt, außerhalb Niedersachsens funktionstüchtige Landesverbände aufzubauen. Zum Zweiten, sie innerhalb Niedersachsens damit zu kämpfen hatte, dass diese älteren Prägungen, die für sie immer ein starker Resonanzboden gewesen sind, nämlich die welfische Prägung und die protestantische Prägung, die verloren ihre Bindekraft in den 50er Jahren. Das heißt also, es gab dann seit der zweiten Hälfte der 50er Jahre eine wachsende Zahl von Leuten, die laut darüber nachgedacht haben, ob das in Zukunft überhaupt sinnvoll sei, in Kooperation mit der CDU hier zu agieren, ob es nicht besser wäre, sich dem größeren Partner anzuschließen. Und dann hat eben die CDU im Zweifel das getan, was man dann immer tut. Das heißt, man hat eben ein unwiderstehliches Angebot gemacht. Das heißt, man hat Mandatare gekauft. Angefangen mit den Ministern, das heißt also, die Bundesminister wussten Ende der 50er Jahre, wenn sie über das Deutsche Partei Ticket in die Armut gekommen waren. Das würde sich nicht wiederholen. Auf Bundesebene würde die Deutsche Partei kein weiteres Mal einziehen. Das heißt, sie würden ihren Posten loswerden. Und wenn man ihnen dann gesagt hat, wir wären bereit, dich in die Union aufzunehmen und sind auch bereit, dich das nächste Mal für das Kabinett zu nominieren, dann haben die Betreffenden nicht widerstehen können. Ein dritter Aspekt ist, die Deutsche Partei, das hat Armin Mohler, der ja an ihrem Programm 1954 mitgearbeitet hat, sehr früh, sehr klar gesagt, die Deutsche Partei hat sich nicht entscheiden können, in welche Richtung sie gehen wollte. Wollte sie deutlicher nach rechts gehen? Wollte sie deutlicher vor allen Dingen nationalkonservativ operieren? Oder wollte sie an dieser regionalen Bindung festhalten und die Verankerung hier im niedersächsischen Nutzen? Und sie schwankte immer zwischen diesen beiden Positionen. Und das ist natürlich für eine Partei auf die Dauer nicht durchzuhalten. Bei dem Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten haben sie es mit einem ähnlichen Problem zu tun. Auch die Partei ist faktisch enthauptet worden. Das heißt, man hat ihre Spitzenleute eben zum Übertritt gewonnen. und gleichzeitig war klar, durch die Politik, die Adenauer ja sehr erfolgreich betrieben hat, zur Integration der Vertriebenen, fiel ein Faktor weg. Denn diese Parteien, wie übrigens alle Parteien, auch gerade die SPD, also die Mehrzahl der Vertriebenen in der Bundesrepublik hat keineswegs die Vertriebenenpartei gewählt, sondern die Mehrheit hat entweder SPD oder CDU und ein sehr großer Teil die SPD gewählt, weil die sich für deren soziale Anliegen stark machten. Und das waren ja zum Teil bis in die 60er Jahre hinein eminente Probleme von Seiten der Vertriebenen, die wirklich also von der Wohnungsfrage, der Frage der Ausbildungsplätze für die Jungen und so weiter und so fort. Und da reichte es dann nicht mehr, dass sie so in Nostalgie machten und immer durchblicken ließen, dass sie ja doch im Grunde genommen die Rückkehroption aufrechterhalten wollten. Das war Anfang der 60er Jahre durch. Da hat die FDP noch mal eine Umfrage, deren Ergebnisse man tunlichst unter der Decke gehalten hat. Daraus ging eben hervor, dass also von den hier in der Bundesrepublik geborenen oder aufgewachsenen kaum ein Heimatvertriebener bereit war, in die alte Heimat zurückzugehen. Und da fehlte einfach die Basis für eine entsprechende Agitation. Das konnte nicht funktionieren. Sie schildern ja in dem Buch auch dann im Kapitel nationale Sammlung den Versuch mit der NPD so einen Ansatz zu finden, um rechts einen Platz zu besetzen, der dann auch scheitert, auch an der politischen Ausrichtung und einer Radikalisierung. Und dann treten wir in eine Phase ein mit diesem sich festigenden Drei-Parteien-System und wo die Union praktisch so eine Art Monopolanspruch erheben kann auf das bürgerlich konservativ, liberal konservative Spektrum. Trotzdem bleibt die Frage virulent. Und es gibt Ansätze, die Frage wieder aufzumachen oder es gibt Ansätze, dieses Feld zu besetzen. Man muss meiner Meinung nach dabei im Blick behalten, den Anlauf, den die NPD genommen hat, der war ja aus der Sicht der allermeisten zeitgenössischen Beobachter ausgesprochen aussichtsreich. Also beispielsweise in der Spiegelredaktion ist man fest davon ausgegangen, dass sie 1969 in den Bundestag einziehen würden. Sie waren ja schon in mehreren Landtagen verankert. Das heißt, man ging davon aus, die Partei würde sich wahrscheinlich doch etablieren. Die APO ist nicht zuletzt, also die Studentenrevolte gespeist worden von der Vorstellung, dass also die Faschisierung der Bundesrepublik gar nicht mehr aufzuhalten sei, weil eben ja der Einmarsch der NPD in alle Parlamente stattfinde. Das ist aber im Grunde genommen dann doch bloß so ein letztes Aufflackern gewesen. Und die NPD hat ja nicht Nostalgiker angezogen. Mir hat mal ein ehemaliger Funktionär, der also in der damaligen Zeit sehr aktiv in der NPD war, gesagt, also er geht davon aus, dass mindestens ein Drittel der Parteimitglieder innerlich immer noch am Nationalsozialismus hingen. Ein Drittel, das ist eine ziemlich hohe Zahl. Und wenn sie dann eben versuchen, gleichzeitig ein moderates Gesicht nach außen zu zeigen, alle diejenigen Bürger, die durch diesen Linksdrall in der Gesellschaft verstört sind, an sich zu binden, der CDU wie der FDP immer wieder Avancen zu machen für eine zukünftige Koalitionsbereitschaft, dann ist auch das ein Spagat, der lässt sich eben auf die Dauer nicht durchhalten. Von anderen Problemen wie, hat das Führungspersonal ausgerechnet und gar nicht zu reden. Nichtsdestotrotz, das ist meiner Meinung nach nicht vorwerfbar, dass eben viele zeitgenössische Beobachter schon glaubten, es sei Zeit für eine Normalisierung der Bundesrepublik auch dergestalt, dass es eben jetzt eine dezidierte Rechtspartei gäbe, wenn eben die CDU-CSU so deutliche Anstalten machte, sich politisch deutlicher nach links zu bewegen. Zwar nicht so weit nach links, wie das in der späteren Zeit folgte, aber doch durchaus nach links. Das ist das eine. Das zweite ist, nach der Bundestagswahl von 1969 und der Bildung der sozialliberalen Koalition, dann vor allen Dingen der Einleitung der Neuen-Ost-Politik, gab es in erheblichen Teilen der Bevölkerung eine unglaubliche Empörung. Das heißt, nicht nur die Heimatvertriebenen, sondern eben auch die klassische Anhängerschaft der CDU-CSU war aufgebracht über die Idee, erstens die Existenz der DDR irgendwie hinzunehmen und dann doch wohl die Wiedervereinigung als Ziel aufzugeben, aber vor allen Dingen auch die Grenzregelung zu akzeptieren und damit den endgültigen Verlust der Ostgebiete des Reiches. Wenn Sie die Aufnahmen von den entsprechenden Demonstrationen sehen, da sind Zehntausende von Menschen aufmarschiert. So etwas hatte es in dieser Form ja in der Geschichte der Bundesrepublik kaum je gegeben, auch von links nicht. Und das hat dazu geführt, dass man in der CDU unter Barzel, der ja auch eher so ein schwankendes, schwankender Halm im Winde war, dass der dann einen Moment lang glaubte, es wäre jetzt am klügsten, wenn man versuchen würde, einen Schritt nach rechts zu machen und diese ganzen Strömungen aufzunehmen. Das fand aber erstens schon mal massiven Widerstand in der Partei selbst, wo das eben sehr viele von den Jüngeren auf keinen Fall wollten. Aber es gab natürlich eben auch hier das Problem, wie würde das mit der Integration aussehen? Ein auch oft unterschätzter Sachverhalt ist, wie systematisch die Union daran gegangen ist, junge Talente aus der NPD abzuschöpfen und sich selbst einzuverleiben. Das wäre mal eine präzise Untersuchung wert, wie viele Leute dann später mit dem Hintergrund, ich war mal aktiv bei der NPD, ich war mal aktiv bei den jungen Nationaldemokraten in der CDU eine Karriere gemacht haben und zwar keine ganz kleine. Das ist nicht ein Bürgermeister oder Oberbürgermeister Hannover. Von Braunschweig. Ganz genau, das ist so ein, aber das ist nur eines der Beispiele, es gibt dafür noch eine ganze Reihe anderer. Aber kann man nicht also wenn Sie mich das vielleicht noch hinzufügen lassen, diese Findungsphase dauert im Grunde genommen an bis zur Wiederwahl von Willy Brandt. Damit ist das geklärt, der Sturz von Barzel und die Tatsache, dass Helmut Kohl der zukünftige starke Mann innerhalb der Union sein wird, der eine völlig andere Vorstellung hat, der für die Akzeptanz der Ostverträge ist, der im Grunde kein Hehl daraus macht, dass er mit diesen ganzen überlieferten Beständen nichts mehr zu tun haben will. Ja, er will aus der CDU eine moderne Mitgliederpartei machen. Die Partei soll smart sein, würde man heute sagen, die soll entsprechend geformt sein. Und es gibt ja von ihm eine verräterische Formulierung, da hat er dann mal gesagt, er sei selbstverständlich kein Leninist, aber eine Partei zu führen, bedeutet, das gehe bloß leninistisch. Und das finde ich ist eben schon ausgesprochen erhellend. Er hat eben dafür gesorgt, dass in der Partei in Zukunft keiner mehr aus der Reihe tanzte. Ja, aber ist nicht das genau der Punkt in dem Moment, wo also die anderen kleinen Parteien umarmt aufgesaugt worden sind von der CDU und nach dem gescheiterten Versuch auch der NPD auch dieser Faktor weggefallen ist, dass dann praktisch die Lockerungsübungen bei der CDU zunehmen, also schon unter Barzel, dann unter Kohl mit dieser Modernisierung, wo die CDU auch eine Massenpartei wird und dann eben mangels eines konservativen oder rechten Konkurrenten dann eine Phase einsetzt, schon damals, dass die CDU immer weiter nach in die Mitte oder nach links rückt. Trotzdem gibt es in den 70er Jahren schon Versuche, also einmal gab es von Axel Springer in Berlin dieser Versuch mit dem Bund Freies Deutschland einmal eine konservative, freiheitlich-rechte Partei zu etablieren, die dann aber mit 3,4 Prozent gescheitert sind oder unter Franz Josef Strauß mit dem Projekt Vierte Partei einen natürlich gefügsam, wie soll man sagen, Rechtsausleger zu gründen. Natürlich, also diese Vorstellungen hat es immer wieder gegeben, weil man eben der Meinung war, das ist, das hatte ja auch das Beispiel der NPD gezeigt, irgendwie einen Prozentsatz von 4, 5 Prozent der Wähler gab, die nicht willens gewesen sind, sich im Zweifel für die Union zu entscheiden. Nur, man muss dabei eben zwei Aspekte im Blick behalten. In den 70er Jahren hat sich eben schon gezeigt, dass entgegen der Auffassung, die man in konservativen Kreisen hatte, es nicht irgendwie eine schweigende Mehrheit gab, die die Faust in der Tasche geballt, jetzt darauf wartete, dass dieser ganze linke sozialdemokratische Unsinn aufhörte. Das war nicht so, sondern es hat da ein Mentalitätswandel angebahnt in den 60er Jahren stattgefunden, der zu einer sehr breiten Akzeptanz führte. Und das hat man in konservativen Kreisen meiner Meinung nach systematisch unterschätzt. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem war aber, dass man im Grunde genommen nicht in der Lage gewesen ist, gegen den intellektuellen Zeitgeist aufzukommen. Das hat jetzt wirklich eine Vielzahl von Gründen, aber das, was Richard Engelhardt die lautlose Revolution genannt hat, das findet in den 70er Jahren statt. Und das führt dazu, dass man im Grunde genommen am Ende der 70er Jahre, Sie können ja das Studienzentrum Weikersheim so als Markierung nehmen, das ja mit erheblichen Mitteln ausgestattet, mit einem intellektuellen Kopf vom Format Günter Rohrmosers aufwarten konnte, das in der Lage gewesen ist, sogar Diskussionen anzustoßen, an denen von der Gegenseite Beteiligung stattfand. Aber selbst das hat nicht genügt. Und das hat einfach damit zu tun gehabt, dass man eben für diese ganzen Vorstöße im Grunde genommen keinen Resonanzraum fand. Und deswegen ist das alles sang- und klanglos gescheitert. Und ich sage immer, das, was man in konservativen Kreisen damals die blauen Revolutionen genannt hat, also Reagan in den USA, Margaret Thatcher in Großbritannien, wenn man sich die Frage vorlegt, was hat da eigentlich funktioniert? Dann wird man sagen müssen, ja, das war eine Kombination aus radikaler Marktwirtschaft, wenigstens in der Ankündigung, und Nationalismus. So, und der rheinische Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, wie auch immer sie das jetzt nennen wollen, der war in der Bevölkerung so akzeptiert, dass sie den Leuten nicht damit kommen konnten, dass der Markt alleine regieren müsse, aber vor allen Dingen, wer sollte sich denn trauen, den Deutschen jetzt mit Nationalismus zu kommen? Das war überhaupt nicht möglich. Also damit war im Grunde genommen eine letzte Möglichkeit, das Ass im Ärmel, das kam da eben dann nicht raus. Und trotz dieser Lage, obwohl die CDU unter Kohle schon beginnt, nach links zu rücken, auch die FDP mit der sozialliberalen Koalition zu einer immer stärker linksliberalen oder sozialliberalen Partei wird, schreiben Sie im Buch, Deutschland wäre nur relativ kurze Zeit ein linkes Land gewesen. Ja, im Eigentlichen sind ein linkes Land, das ist es im Grunde genommen eben tatsächlich bloß in den 70er Jahren gewesen mit gewissen Ausläufern, aber danach eben schon nicht mehr, also die Wende ist ja natürlich eben unter Helmut Kohl eine, die auch eine Abwendung von gewissen linken Projekten bedeutete, jedenfalls der, sagen wir einmal, die Unlust eines großen Teils der Bevölkerung, also diesen Weg jetzt weiter fortzusetzen, die war überdeutlich. Und es dauert ja dann eben auch fast 20 Jahre, bis man im Bund wieder ein linkes Projekt einleiten kann, dass sich gesellschaftspolitisch, aber vor allem auch geistespolitisch, die Dinge trotzdem weiter nach links bewegt haben, das steht auf einem anderen Blatt. Aber man wird eben ganz klar sagen müssen, im eigentlichen Sinne eine Dominanz der linken Parteien, das ist wirklich ein relativ kurzes Phänomen gewesen. Ja, aber wenn nun die Union sich nach links entwickelt hat und auch die 1983 dann unter Helmut Kohl, hat es sich ja gar nicht um eine echte Wende gehandelt. Nein, natürlich nicht. Also es im Prinzip könnte man sagen, indem die CDU weitestgehend linke Positionen Inhalte adaptiert hat, ist es kein Wunder, wenn dann die eigentlich linken Parteien erstmal schwächer waren. Nein, das glaube ich nicht, sondern das hat wirklich damit zu tun, da war eine Erwartungsenttäuschung, also das ist ja auch ganz klar, die Grünen versuchen ja ganz bewusst als Bundespartei dann erst einmal eine Politik jenseits von links und rechts zu machen, wie das ja auch in der frühen Propaganda der Grünen immer wieder betont wurde, dass man sich zum Beispiel nicht als Linkspartei Begriff, das hatte eben schon damit zu tun, dass da bestimmte Dinge verbraucht waren, aber es war natürlich eben auch keine rechte Politik, sondern das war eben eine Politik der Mitte, das hat ja Kohl auch immer stark gemacht, er hat ein einziges Mal in einem Interview geäußert, dass er seine eigene Positionierung als rechts der Mitte definiere, aber das nie wiederholt, sondern er war eben die Mitte und Mitte bedeutete und das entsprach durchaus einen breiten Konsens in der Bevölkerung, Mitte bedeutete eben möglichst ideologiefern, ja, bitte und vor allem kein Rollback, ja, also jetzt nicht irgendwelche unnötigen Anstrengungen, man war in der Konsumgesellschaft angekommen, man wollte nicht belästigt werden mit irgendwelchen Forderungen gar nach einem moralischen Zurück, ja, wie sollte das denn aussehen, wie hätte man sich denn das in der Praxis vorstellen sollen, dafür gab es keinen Rückhalt in der Bevölkerung, es gab aber offenbar, das sieht man ja dann an der Gründung der Republikaner, das ist das eine Phänomen, aber das zweite Phänomen ist der Widerstand an der CDU-Basis 1989, 1989 im Frühjahr als Heiner Geisler das neue Grundsatzprogramm vorlegt und der Entwurf enthält den Begriff Wiedervereinigung nicht mehr und daraufhin breitet sich so eine Art nein, ich meine das wäre 1989 gewesen, aber das könnte man ja noch klären, aber jedenfalls war es so, dass das dazu führt, dass das geändert werden muss, die Mitglieder, das wollen sie nicht tragen, das wollen sie nicht tragen und das ist ja auch prompt in dem Augenblick als die Mauer fällt, ist vollkommen klar, dass niemand mehr sich in der Union hinstellt und im Ernst meint, er könne offen sagen, dass er das mit der Wiedervereinigung nicht wolle. Das ist die Frage wie, aber selbstverständlich sind dann alle plötzlich dafür und der große Patriot Helmut Kohl stellt sich hin und sagt, ich habe das mit dem Mantel der Geschichte ja verstanden. Und bei den Republikanern ist es so, dass man wahrscheinlich wirklich sagen muss, dass die Wiedervereinigung ihnen letztlich den die Etablierung zerstört. Das hat wiederum auch mit Vorgängen zu tun, die nur zum Teil selbst verschuldet waren. Aber die Resonanz, die die Republikaner gefunden haben, hatten ja vor allen Dingen zwei Gründe. Der erste Grund war der Milliardenkredit, den Franz-Josef-Strauß eingefädelt hatte und der viele Konservative in der Union sahen ja in Franz-Josef-Strauß immer noch den Graz-Hüter, also denjenigen, der sich nichts abhandeln ließ und den Linken klare Kante zeigte. Und der fädelte jetzt einen Milliardenkredit ein, um dieses marode DDR-Regime zu retten. Das ist das eine. Und das zweite war der Beginn der Masseneinwanderung. Ja, also die berühmte Geschichte mit der Wahl in Berlin, die ja wirklich Schockwellen durch die Republik sendete und die daraufhin sofort einsetzende Debatte über eine Beobachtung der Republikaner durch den Verfassungsschutz oder ein Verbot. Auch das war symptomatisch. Aber es baut sich also in den 80er Jahren mit der Regierungsübernahme durch Kohl so eine Kurve auf von Dissidenten aus der Union. Die Entstehung der jungen Freiheit ist ja letztendlich historisch damit verbunden. Das heißt, es kommt halt zur Abspaltung, also Dissidenten aus der Union. Es kommt zu dieser Gründung der Partei die Republikaner. Aber auch durch den Mauerfall, der plötzlich auch das Thema Wiedervereinigung erledigt, wenn man so will, bricht das ab. Also es hat nicht die Tragfähigkeit, um jetzt durchschlagend eine neue Kraft zu etablieren. Man kann es ja auch zum Beispiel an der Debatte über die Neutralität sehen. Das ist ja ein absolutes Tabu gewesen in Unionskreisen. Und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe ja selbst in Weikersheim zweimal gesprochen und jedes Mal hatte ich also mit Leuten zu tun, die wirklich wie von der Tarantel gestochen reagierten, wenn man erstens die Frage der Westbindung ins Spiel brachte oder zum Zweiten sagte, dass man sich eine Wiedervereinigung plus Westbindung eigentlich nicht vorstellen könne. Man müsste mindestens offen dafür sein, dass ein zukünftiges wiedervereinigtes Deutschland eben blockfrei sein würde. Das war ja also wirklich die Sünde wieder. den Geist aus der Sicht der CDU-Kernmannschaft und dass das überhaupt offen angesprochen wurde, gerade auch von den Jüngeren, dass man sich hinstellte und sagte, wir sind eigentlich mit den Linken einer Meinung, was die Frage der nationalen Identität angeht. Denn das war ja ein Thema, das von links gekommen war, nationale Identität in den 70er Jahren, das darf man ja nicht unterschätzen. das zeigte ja schon an, da entstand im intellektuellen Bereich eben eine Strömung, die sich einfach nicht mehr so disziplinieren ließ, wie das in der Vergangenheit dann doch immer der Fall gewesen war. Das heißt, die Bereitschaft, sich dann einzuordnen, unterzuordnen, auch in die Frontlagen des Kalten Krieges, die ließ eben deutlich nach und die intellektuelle Neugier war einfach viel größer geworden. Ja, man beschäftigte sich jetzt plötzlich mit Traditionssträngen, mit irgendwelchen Überlieferungen, mit Autoren, die lange Zeit gar keine Rolle gespielt hatten und nun plötzlich wieder da waren. Und das sind, meine ich, natürlich schon alles Hinweise darauf, dass sich da sozusagen im Humus etwas bewegte. Ja, obwohl das Buch ja Geschichte der Nachkriegsrechten heißt, geben Sie einen Ausblick ja bis heute und verfolgen die Geschichte weiter und Sie beschreiben auch, dass nach den Republikanern, dass es noch die Ansätze gibt, also auch von nationalliberaler Seite den Bund freier Bürger eine Lücke zu füllen, die scheitert, die Schillpartei und andere Ansätze. Wie kommt es denn Ihrer Meinung nach dazu oder was ist der wesentliche Grund, weshalb nach dieser jahrzehntelangen Durststrecke es mit der AfD 2013 schließlich gelingt, die Lücke rechts der Union parteipolitisch zu besetzen? Ich könnte es jetzt ganz einfach sagen, die Zeit war reif. Also die Zeit war reif, wenn man sich vor allen Dingen die Anfänge der AfD ansieht, sie ist ja auch von CDU-Dissidenten wesentlich mitbestimmt worden, von Leuten, die also im Grunde lange immer wieder argumentiert hatten, nein, es kann also jenseits der Union keine selbstständige Partei geben, nein, man muss sich also in diesem Grundkonsens anschließen. Das hat zum Beispiel Alexander Gauland mir immer entgegengehalten, dass das, was ich mir so vorstellte, das seien also im Grunde genommen alles romantische Vorstellungen von der Wiederkehr des Nationalstaates Also Vorgründung der AfD. Bitte? Vorgründung der AfD. Und die Leute hatten jetzt erkannt, nein, also der Punkt ist erreicht, es geht einfach nicht mehr weiter. Ja, es ist so, die Union besitzt gar keinen Markenkern mehr, sondern sie ist im Grunde derart ausgelaugt und wirklich nur noch ein Kanzlerwahlverein und alles andere ist jetzt erledigt. Egal, was da vielleicht bei Feiertagsräten noch beschworen wird, aber im Grunde genommen gibt es keinerlei weltanschauliche Substanz mehr. Und deswegen muss man sich jetzt überlegen, ob man das einfach weiter willenlos hinnimmt und dann auch akzeptiert, dass Deutschland in irgendeinem amorphen europäischen Gesamtgebilde aufgeht, sich auflöst, oder ob man jetzt versucht, in vorletzter Stunde irgendetwas dagegen zu tun. Und das Erstaunliche daran war ja, die Honorigkeit derjenigen, die die Partei gegründet haben, im Sinne von, das waren lauter etablierte Leute, dieses Spottwort von der Professorenpartei war ja nicht ganz falsch. Es war ja keine Gründung von rechts im Sinne einer Gründung aus einer einschlägigen rechten Szene. Eben, aber damit ergab sich dann auch ein weiteres Problem. Denn wenn man sich im Grunde dann doch bloß als Mehrheitsbeschaffer für die CDU, CSU im Zweifel verstand, dann war die Frage, würde das ausreichen, um auf die Art und Weise einer Partei das nötige Selbstbewusstsein und den Kampfgeist einzuflößen? Oder wie mir mal ein Veteran des Bundes Freier Bürger gesagt hat, naja, also der Bund Freier Bürger, der habe eben in seiner Struktur in vieler Hinsicht eben der AfD der ersten Stunde geähnelt. Und sie hätten immer vor dem Problem gestanden, erstens, wer verteilt die Flyer, zweitens, wer klebt die Plakate? Und das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem. Das heißt also, sie brauchen ja nicht nur Häuptlinge, sie brauchen Indianer, wenn sie eine Partei aufbauen wollen. Und sie müssen eben den betreffenden Kampfgeist einflößen. Denn die stehen ja in Zukunft gegen eine kompakte Mehrheit, die ihnen feindselig begegnet. Vom Privatleben angefangen, bis zu den politischen Institutionen, in denen sie dann irgendwie agieren müssen. Von den Medien rede ich noch gar nicht. So, in dieser Situation hat eben die AfD eine Reihe von Häutungen vollzogen und ist, soweit ich das beobachten kann, wenigstens also den Gefährdungen entgangen, die so typisch sind für alle rechten Projekte. Übrigens nicht nur in Deutschland. Das ist nämlich der Selbstzerstörungsmodus, in den diese Projekte merkwürdigerweise relativ rasch eingehen. Ich sage mal, das ist so ein eigenartiges Phänomen, dass politische Gruppierungen, die, wenn sie denn wirklich Rechte sind, ja im Grunde genommen so etwas wie Disziplin und Ordnung auf ihre Fahnen schreiben müssten, sich dann oft als derart undiszipliniert und unordentlich erweisen. Und daran ist also schon mehr als ein Projekt zugrunde gegangen, aber das ist im Falle der AfD ja bisher nicht geschehen. Ja, ich wollte schon sagen, Ihr Buch ist ja im Grunde genommen auch so wie ein Leitfaden zu lesen, also nicht nur als historisches Werk, sondern als Leitfaden für heutige Politiker, wie man es nicht machen sollte. Naja, ich bin ja nicht ganz so optimistisch wie Sie. Die erste Frage ist natürlich, wie viele Politiker werden so ein Buch lesen? Die haben ja ganz andere Dinge zu tun, aber das andere ist, jede Situation ist anders und die Geschichte macht uns eben nicht klug für ein andermal, sondern weise für immer, hat Jakob Burkhardt gesagt. Das heißt, Situationen, historische Situationen wiederholen sich ja im platten Sinn des Wortes nicht. Das heißt, die Lage, in der wir uns befinden, ist tatsächlich von derjenigen, in der sich die Republikaner in den 80er-Jahren befunden haben, in der sich die deutsche Partei oder die CDU in den Fällen dramatisch verschieden. Die Herausforderungen sind völlig andere. Sie müssen völlig andere Methoden auch anwenden, um die Wähler zu erreichen, um Zustimmung zu erlangen. Das alles ist wirklich völlig anders. Und die Frage ist eben, ob es der AfD gelingt, eine, wie ich das mal an anderer Stelle gesagt habe, eine Volkspartei neuen Typs zu werden, oder ob ihr das nicht gelingt. Also ob sie bloß eine Nische besetzen kann oder in einer Art ewige Opposition verharrt. Das ist aber auch nur in Teilen von ihr selbst abhängig. Das heißt, sie hat ja nur einen begrenzten Einfluss auf das Geschehen. Das darf man trotz aller Erfolge, die sie zuletzt in den neuen Bundesländern errungen hat, ja nicht unterschätzen. Das ist eben bisher immer ganz klar. Sie muss eben auch auf einem Feld agieren, das sie sich nicht selbst ausgesucht hat. Aber wie stark ist denn nicht letztendlich auch der Erfolg der AfD darauf zurückzuführen, dass wir eine sich beginnende Veränderung der Medienlandschaft auch mit neuen Techniken zu tun haben? Nämlich, man sagte auch anfangs, die AfD ist die erste Facebook-Partei. Sie hat also es geschafft, in außergewöhnlicher Weise eben über diese sozialen Medien Anhänger zu mobilisieren. Und das ist ja bis heute so, also auch jetzt mit TikTok und so weiter. Und konnte damit auch die klassischen Medien, die auch neue Parteien von rechts teilweise boykottieren, unterlaufen? Ja, das ist meiner Meinung nach vollkommen eindeutig so. Man kann sagen, die Grünen wären niemals die Partei geworden, die sie dann relativ rasch geworden sind, Anfang der 80er Jahre, wenn sie nicht durch die etablierten Medien, und zwar, da muss man wirklich sagen, die etablierten Medien im ganzen Spektrum von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten bis hin zur FAZ, sie alle haben die Grünen hochgeschrieben, systematisch hochgeschrieben und sie mit Sympathie überhäuft. So etwas wäre keiner rechten Partei widerfahren, das ist vollkommen klar. Das heißt, es gab ja im Grunde genommen dann immer nur die Möglichkeit, solange es nichts als die alten, die analogen Medien gab, so eine Art Samestat zu produzieren, das heißt also irgendwelche Medien zu schaffen, die versucht haben gegenzuhalten, aber geben wir uns keine Illusionen hin, die Reichweite war dann immer noch sehr begrenzt. Das ist durch die neuen Medien völlig anders geworden. Und man hat das ja eben auch schon bei der ersten Präsidentschaft von Donald Trump gesehen. Welcher Faktor das plötzlich war, dass man in der Lage gewesen ist, über die sozialen Medien Einfluss zu nehmen, über die sozialen Medien Anhänger einer politischen Richtung zu sammeln und offenbar auch bis zu einem gewissen Grad zu formieren, wie sich das ja bis dahin gar keiner hat vorstellen können. Und insofern glaube ich ganz bestimmt, dass vor allen Dingen diese aufgeregten jungen Leute in der AfD, die sich mit dieser ganzen Materie beschäftigen, spielen für den Erfolg der Partei zweifellos eine große Rolle. Aber vielleicht nochmal zurück zu den Lehren aus dem Buch. Also sehe ich das richtig? Es gibt, dass es eigentlich, wenn man von den 50er Jahren bis heute guckt, Ansätze von rechts im Wesentlichen an zwei Hauptgefahren gescheitert sind. Einmal potenziell, wie Stichwort Deutsche Partei oder vertriebenen Parteien von der Union aufgesaugt, also tödlich umarmt zu werden und aufgesaugt zu werden oder in eine Spirale der Radikalisierung zu geraten und sich auch unter dem repressiven Druck der Öffentlichkeit, aber eben auch eigener Fehler zu marginalisieren. Ja, das kann man wahrscheinlich wirklich so sagen, dass es also diese beiden Wege ins Nirgendwo jeweils gegeben hat. Aber ich würde trotzdem, auch wenn Sie ja nun so gerne Lehren ableiten möchten, möchte trotzdem eben betonen, das ist auch immer von Zeitumständen abhängig. Das ist nicht zuletzt von bestimmten Atmosphären abhängig, die immer eine Rolle spielen. Also die Imponderabilien, von denen Bismarck sprach, wenn er gefragt wurde, ob man in der Politik berechnend auftreten könne, ja, und er hat immer gesagt, das kann man natürlich nicht, weil man ja niemals alle Faktoren im Blick hat. Und deswegen gibt es Unwägbarkeiten. Das, was man als politisch Handelnder, nicht so wie ich als Beobachter des politischen Geschehens, was man als politisch Handelnder tun muss, man muss eben klug sein. Klugheit ist eine eminente vornehme Tugend, gerade für den Politiker. Und das heißt, Sie müssen der Lage angemessen entsprechend handeln. Und wenn Sie das tun, dann werden sie eben so die Zeit für sie ist und nicht gegen sie, auch tatsächlich die Erfolge erbringen können, die eine gute Vorbereitung, eine gute Strukturierung, eine gute Organisation im Prinzip ermöglichen. Aber das alles alleine ist es nicht. Ja, aber das heißt, wir erleben eben jetzt so veränderte Zeiten, also das ist also nicht nur in Deutschland, in mehreren Ländern sich der Wind dreht. Kann man sagen, in der westlichen Welt dreht sich hier der Wind nachhaltig nach rechts oder ist das lediglich, sind das populistische Ausformungen, die auch schon wieder in vier Jahren sich drehen könnten? Dazu wäre vielleicht erst mal zu diskutieren, was eigentlich Populismus ist. Ich persönlich glaube eben mit Patrick Neneen, dass das, was man so als das liberale System bezeichnet, dass das schlicht und ergreifend erschöpft ist. Die letzten Möglichkeiten sind jetzt erprobt worden. Das hat unsere Ampelkoalition ja mit deutscher Gründlichkeit durchzuexzeptieren versucht. Und die Frage, welche Folgen das nach sich zieht, die sind überhaupt noch nicht in vollem Umfang zu ermessen. Aber eins ist klar, sie haben damit einen erheblichen Teil der Bevölkerung gegen sich aufgebracht. Sogar diejenigen, die ihnen traditionell die Stimme gegeben haben, sind mittlerweile derart enttäuscht und auch ermüdet, durch diesen Versuch aus der Bundesrepublik so einen Ideologiestaat zu machen, der sehr weit gediehen ist. Und ähnliche Phänomene haben sie vor allen Dingen gerade auch in den angelsächsischen Ländern sehr stark gehabt. Und man hat im Hinblick auf die Niederlage von Kamala Harris eben gesagt, das ist eben eine Niederlage, die tatsächlich Volkism erlitten hat. Das heißt also, dieser Versuch in dieser Art und Weise die Gesellschaften, die Nationen von den Füßen auf den Kopf zu stellen. Und ich glaube, das Misstrauen gegen die politischen Kräfte, die das forciert haben, das sitzt jetzt sehr tief. Und die Skepsis gegenüber der Kompetenz der Leute. Denn man muss ja eines auf jeden Fall hier in Deutschland im Hinblick auf die Grünen sagen, deren permanente moralische Empörung darüber, dass sie nicht überall auf Wohlwollen und Zustimmung treffen. Darüber kann ja ein Rechter bloß schmunzeln. Also das ist ja vollkommen grotesk. Aber es zeigt eben auch, dass diese Leute eben nur an die Spitze der politischen Klasse gespült werden konnten, weil sie niemals auf Widerstände getroffen sind. Oder bestenfalls auf solche, bei denen es um die Frage ging, wie kann ich meinen innerteiligen Konkurrenten ausschalten. Aber nicht in dem Sinne, ich muss jetzt hier tatsächlich gegen einen manifesten Widerstand, der sich auch noch versteift, irgendein Ziel erreichen. Und ich kann das bloß aufgrund meiner Intelligenz, meiner Leistungsfähigkeit und meiner Durchsetzungsfähigkeit. Denn an all dem scheint es den Betreffenden ja zu mangeln. Das bringen sie ja offenbar alles gar nicht mit, was man doch mitbringen muss, wenn man sagen, wir einmal das Amt eines Ministers versehen will. Von dem eines Kanzlers reden wir noch gar nicht. Wir steuern jetzt in den Bundestagswahlkampf, wo der Kanzler Merz gesetzt gilt, als derjenige, der jetzt die nächste Regierung führen soll. Ursprünglich hat er den CDU-Vorsitz angetreten, auch mit dem Anspruch, einen Bruch mit der Ära Merkel vorzunehmen und entsprechende Fehler zu korrigieren. Wie es jetzt aussieht, steuern wir auf eine Situation zu, wo die Koalition mit SPD oder Grünen die anscheinend geeigneten Optionen sind. Wie ist das zu erklären, dass die CDU darauf verzichtet, was in der Luft läge, einen Lagerwahlkampf zu machen und auch eine entschiedene Konfrontation zu suchen, also was sie mit Vorkismus meinten oder mit den linken Werten, sondern stattdessen sieht es ja fast so aus, als ob Merz auf dieses Konzept der asymmetrischen Demobilisierung setzt. Das heißt also, er baut Hürden ab, die für Koalition mit der Linken stehen. Ja, ich denke also, Hessen ist ja nach der letzten Landtagswahl ein gutes Muster für das, was wir wahrscheinlich im Bund bekommen werden. Das heißt, auch da gab es dann eine CDU, die die Mehrheit der Stimmen bekommen hat und dann vor der Wahlstand eher mit den Grünen, mit denen man ja davor koaliert hatte oder jetzt eher mit den Sozialdemokraten und der Ministerpräsident hatte ja angekündigt, also mit ihm werde es dann eine auf vielen Feldern dezidiert konservative Politik geben. Er werde eben ein klares Profil zeigen, bestimmte Dinge werden nicht mehr geduldet, in der Migration, in der Bildungspolitik und so weiter, innere Sicherheit. Ja, was hat man bekommen? Eben jetzt eine schwarz-rote Koalition und allgemein herrscht doch die Wahrnehmung, dass alles genauso weiterläuft, wie es auch vorher schon war. Und auch hier ist es so, dass man ganz klar sagen kann, also wer bei der kommenden Bundestagswahl für CDU, CSU stimmt, wird ohne Zweifel eine mehr oder weniger rote oder mehr oder weniger grüne Politiklinie auf sehr vielen Feldern der Politik bekommen. Sicherlich nicht auf allen, aber auf sehr vielen wird man ihnen dann sozusagen die entsprechenden Spielplätze überlassen und wird es eben laufen lassen, wie es die ganze Zeit schon gelaufen ist. Und das hängt damit zusammen, dass eben die CDU ja nicht nur der Kanzlerwahlverein ist, sondern ihrem eigenen Selbstverständnis nach ist sie die Regierungspartei der Bundesrepublik. Und dieses Selbstverständnis hat sie im Grunde genommen noch niemals infrage gestellt. Jedes Mal, wenn sie nicht an der Regierung war, wurde das von ihr und nach meiner Wahrnehmung auch von vielen ihrer Funktionäre als so eine Art Betriebsunfall wahrgenommen. So nach der Maßgabe, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Und von diesem Selbstbewusstsein ist sie offenbar nicht in der Lage, sich zu lösen. Das ist das eine. Das zweite ist, mir hat mal ein altgedienter Veteran der CDU, der auch immer noch Parteimitglied ist, hat sie mir gesagt, meine Partei hat doch im Grunde genommen noch niemals für irgendetwas wirklich gekämpft. Und das halte ich für entscheidend. Ist das nicht überhaupt der Punkt, dass man Abstand nehmen muss von der Vorstellung, dass Parteien eine treibende Kraft sind, insbesondere an erster Stelle die Union, sondern dass sie praktisch wie ein Medium operieren oder ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Verhältnisse sind. Also andersrum müssen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse im Ausdruck der Medien, der gesellschaftlich relevanten Gruppen, muss sich das dort noch so weit ändern, ändern, dass die Union gar nicht mehr anders kann, als den Kurs zu ändern. Also es ist eine falsche Vorstellung, dass die Union hier irgendwann den Ton vorgeben wird. Also ich bin sehr skeptisch, was das Spiegelbild angeht. Man muss immer sehen, dass gesellschaftliche Entwicklungen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten vollziehen. Und Institutionen wie Parteien sind eben von Natur aus Träge. Das heißt also, bis die sich in irgendeiner Weise bewegen, muss schon einiges passieren. Manchmal muss auch das Personal wechseln, weil diejenigen, die eben das Sagen haben, einfach nicht willend sind, irgendeine Art von Umorientierung vorzunehmen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, meiner Meinung nach derjenige, unsere politische Klasse bildet zusammen mit den traditionellen Medien mittlerweile einen so kompakten Block, dass wahrscheinlich immer eine entscheidende Rolle die Überlegung spielt. Dieses geschlossene System fängt im Regelfall noch jeden auf. Wenn wir anfangen, daran herumzubasteln oder aber den großen Konsens aufkündigen, ist die Gefahr für den Einzelnen groß, dass er vielleicht nicht in eine Hängematte fällt. und das hindert sehr viele. Deswegen ich würde sagen, wenn tatsächlich die Parteien in irgendeiner Art und Weise die Stimmung in der Bevölkerung spiegeln, dann hätte die Union, nachdem sie damit ja eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht hatte in der Vergangenheit, einen ganz entschlossenen Schritt nach rechts gehen müssen. Das hat sie nicht getan. Und man könnte jetzt sagen, warum hat sie das nicht getan? Das wäre doch in ihrem Interesse gewesen. Das wäre mit Anstrengung und Unbequemlichkeit verbunden. Damit wäre es verbunden gewesen. Es hätte Dissonanzen ausgelöst. Man hätte den endlich erreichten Frieden mit den Medien und dem Wohlwollen, an denen gerade in der Union so unendlich viel gelegen ist, dass die lieb gehabt werden. Das alles wäre Faktionären, die den Ton angibt innerhalb der Union. Die wird meiner Meinung nach auch nicht mehr zulernen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Meine Fantasie reicht dafür nicht. Das heißt mit anderen Worten, der Druck muss noch steigen, die Veränderungen in der Medienlandschaft müssen wachsen, der Konkurrenzdruck muss stärker werden, erst dann bewegt sich was. Wenn überhaupt, dann bewegt sich nur auf diesem Wege Gefällt Ihnen unsere Arbeit, dann unterstützen Sie zukünftige Produktion dieser Art mit einer Spende ganz einfach per PayPal oder abonnieren Sie die junge Freiheit und beschenken Sie sich selbst mit allem was man wissen muss. Link in der Beschreibung.